Ja ja, ja! Heute zeigte ich euch, auf was es bei der Beine Fondue-Ref abkommt. Zum Fondue eignet sich jeden gereiften Käse. Der Käse ist gut, wenn er 4-6 Monate lang gelagert ist. Da kann man einfach nehmen, was man gerne hat. Emmentaler, Urnäschenkäse, Reihenzer, Apizauer... Auf das kommt es nicht so drauf an. Wir enttrennen den Käse und mit einer groben Raffel reiben. Zum Grundrezept, das wir heute machen, geben wir auf 1 Kilo Käse 5 Dezli Flüssigkeit, da kann man Wein oder alkoholfreien Morschen nehmen, ein Schluck Zitronensaft, ein Gläschen Kirsch oder je nach Belieben Whisky und etwa 40 Gramm Maizena. Das alles vermischen wir gut miteinander und anschliessend auf mittlerer Stufe aufkochen. Es ist gut, dass wir es nicht schnell aufkochen, weil das Fondue sowieso weniger wird. Der Zitronensaft ist noch die Tipp, es muss genug Säure drin sein, damit das Fett schöner auflöst. Pro Person rechnen wir 200 Gramm Käse und etwa Dezli Flüssigkeit. Jetzt haben wir miteinander ein feines Urnestes Käsefondue gemacht. Das nächste Mal schauen wir zusammen an, wie wir das aufmotzen können mit einfachen Zutaten. Und das nächste Mal schauen wir uns nicht nennen. Das ist ein Wunder.